Ich heiße Romeo Dolorosa. Und ich heiße Perdita Durango. Willst du mit mir kommen? Er hat eine Frau dabei? Peredita Durango. Genauso gefährlich wie er. Wird nicht lange dauern, bis die sich mit dem Gesetz anlegt. Hier sind wir genau richtig. Eigenartige Menschen haben manchmal die interessantesten Ideen. Wir müssen nur noch überlegen, wie wir das anstellen. Was seid ihr für Meister? Mr. Santos verlässt sich auf dich und ich kann nur hoffen, dass du ihn nicht enttäuschst. Du gibst ihm den vereinbarten Betrag und dann legst du ihn um. Was hast du vor? Beobachten, abwarten und zuschlagen. Dumm gelaufen. Auf diesen Song werdet ihr garantiert abfahren. Hört euch das an? Ich geb dir einen guten Rat. Wenn du etwas wirklich willst, dann tu es. Machartik hat aber. Roblaon. Ey,ruh da 59 Heide. Bunt. R Y 되면 ja.